So, willkommen zurück. Wir müssen jetzt hoch diesen Berg. Ich hätte auch sagen können, diesen Berg hoch, aber das wäre natürlich zu einfach gewesen. Das sieht doch so aus, als ob man da zu hoch käme, oder? Dann bräuchten wir nicht diese Schlangenlinien fahren. Das Problem ist, dass dann vielleicht die Horde wieder da ist, falls sie nicht die spawnt ist. Ich bleib mal ein bisschen entfernt. Hörst du mich? Ich bin gerade hier. Ich muss ein paar Sachen nach Hause bringen, aber ich bin gerade und überladen. Hast du Zeit für einen Chat? Was ist denn jetzt? Die Späne sind gesammelt. Wir sollten bereit sein, für einen Angriff. Okay, schnell weg. Ach scheiße, ich dachte, das geht schon los. Kannst du gehen? Die Leute sind sicher, dass das Regierung da draußen in Bunkern oder was auch immer. Also, sie haben ihre Scheine zusammen gut genug für das? Bitte. Keep trainingen, alle. Wir werden immer stärker werden. Das ist, wie wir diese Stadt wiederholen. Ja, so viel zum Thema. Ich mach die Hauptmission noch nicht. Ist, ist okay. Und tschüss. Die umfahren wir jetzt einfach. So, auf dem Rückweg fahre ich lieber die Straße lang. Alter, die Kahn bricht so aus. Nein, nein. Also, Fahrverhalten ist echt nicht so gut. Vor allen Dingen, hier ist Mauer. Und dann geht's über einen Holzsaun, als ob das geht nicht mehr. Hier ist Mauer. Zu Hause, safe und sound. Hier bist du ein Lebenssaver. Warum? Danke für die Hilfe von eben. Yo. Ich nehm die Stadt, Simon. Remember, stehempel. so noch was zum guten ist hier wahrscheinlich nicht jetzt haben wir die hauptmission ja auch schon wieder erledigt ist so weiter machen wir den koloss platt zwei von vier missionen warum denn zwei jetzt zählt das schon wieder doppelt ich weiß nicht warum es ist das irgendeine fähigkeit von meinem von meinem mit jute als kriegsherr oder was ach du scheiße eigentlich müsste ich den kreischer platt machen pupsüchtiger ist auch noch leichter das hat jetzt wieder nur als einer erzählt i gotta make sure it's dead Damit ist meine Theorie auch hinüber. Der hat meine Tür kaputt gemacht, der Sack. Hauptsache würde ich den Koloss gern platt machen hier vor der Tür. Wieso sehe ich den nicht? Oh crap! Na toll, jetzt gehen wir in die Knarrenjahle kaputt oder wird? Oh oh! Leute ich brauche jetzt Hilfe. Kräffe ich da durch überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Oh cool! A Juggernaut? Both things are trouble. Ich muss loswerden. Ah, okay, man kriegt hier also Blutzeuge ab. Unsere Freundin sind aber nicht tot jetzt, oder? Wo ist die plötzlich hin? Ich habe nicht mitgekriegt, dass hier weggelaufen ist. Wir haben eine Chance, zu Hause zu gehen. Wir haben einen Besucher. Ja. Äh, Mist. Ich brauche nur ein bisschen Rest. Vielleicht ein bisschen Schöpfchen-Soup. Gut, wenn die Mission jetzt schon mal da ist, dann müssten wir eigentlich auch mal starten. Guten Tag. Let me walk you through this. Ihr seid in großer Gefahr. Wenn ihr mir ein Dach über den Kopf gebt, verrate ich euch alles. Ah, klar. Bei der Information sind es besser wert. Danke. Ich bin glücklich, dass ich Teil des Teams bin. Das ist so erleichternd. Danke. Meine alte Enklave hat mit einer Gruppe zusammengearbeitet, die sich die Koalition nennt. Sie wollten euch reinlegen. Ich habe mich davon geschlichten, um dich zu warnen. Lass sie ihre Falle stellen, aber wir werden bereit sein. Anyone listening? We've got goods to trade. Wir schlagen zuerst zu. Ich liebe, wie du denkst. Dein richtiger Punkt. Ich folge. So, wir haben doch Material. Das können wir doch gleich mal auspacken. Und dann müssen wir natürlich auch andere Knarren reinklatschen. Hm. Natürlich auch gefährlich. Der könnte uns genauso jetzt reinlegen. Wo ist denn das alte Zuhause? Ach, bei unserer alten Basis. Mhm. So, das nehmen wir raus hier. Dann könnten wir die ausrüsten, theoretisch. Da haben wir schon gute Munition für. Ähm. Ähm. Die Frage ist, was nehmen wir denn als Zweitwaffe? Also, das braucht auch 9 Millimeter. 45er Patron. Das klingt schon mal ganz gut. Achso, ausrüsten natürlich. Wir haben doch hier 100 Pro auch ein Gegenmittel, ne? Andererseits, ich brauch's ja gar nicht mehr nehmen. Eigentlich noch alles ist gut. Wir sollten vielleicht was zur Erholung noch mitnehmen. Oh, gar nicht mal schlecht, der Kaffee. Ähm. Ich nehme mal noch Molotovs mit zur Not. Vielleicht hätte ich den Kaffee noch aufheben sollen. So, Kumpel, dann steig ein. Wow. Looks like we got trouble. Ja, Medikamente bitte, hallo? Ich bin hier grad voll beschäftigt. Boll, 2, 3, 5, 6, 6, 8. Stay alert. The locals here are downright hostile. Bam! Was ist jemand? Ist der jetzt rierend? Es ist Zeit für Sie zu sterben! Ich werde Sie aus dem Weg! Es ist Zeit für Sie zu sterben! Reloading! Der verwandelt sich, oder? Ich bin glücklich, dass keine mehr Mordhäuser kommen. Wir haben mit der Gefahr. Und wir müssen mehr über diese Koalition lernen, bevor sie wieder aufstehen. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. mich. Bis Dinner.